Moin moin Leute was geht hier ist Youtube Gamescom auf der PS3 und mehr Spiele heute wieder. Kondorf du die äh Monama von Dreichs suchen und so steuern auf der fucking Map Seedown. Und ja, legen wir los, werden mal groß sag ich nur. Sooo... Meine Waffen, die ACS 6.8, aller USB-45, Zaktik, Splitter, Blendgranate, Aufklärung, Schnellziehen, Bro und den guten alten Meisterschützen. Das nehme ich natürlich alles mit in der nächsten Runde. Wir haben einen Rundenzieger C3 zu 3, steht es gerade hier in der Lobby. Und ich denke mal, da können wir auf jeden Fall noch was reißen. So... Jetzt mal hier alle den Headset haben, Matten. So, wir haben den Diabolo 88, schiebt sich schon hier durch, Verlängerung 3 zu 3. Und jetzt geht's ab. Wir haben jetzt, kommt Youtube Gamescom vom AR-Clan. Rahmencode E ist besser, Freund. So... Puff, Chicken ausschalten. So, ich geh erstmal hier in die Bücherei hier. Und check mal die Lage, weil man muss sich immer erstmal ein bisschen hier die Orientierung verschaffen. Orientierung verschaffen. So... Glas zerstören. Zuchen und zerstören. Das ist das nämlich... Einmal tot, immer tot. Sag ich nur... Oooooooooooo... Wow, man! Hier wurde ich von Dark ausgeschaltet. Dark... Strich... Und jetzt gucken wir mal an. Gucken wir mal an. Gucken wir mal an uns an, hier. Hier haben wir Soul Corrector. 4-2-8. Und... Nas-Clan. Hier läuft er gleich vor. Schaut sich nochmal um. Fingerfertigkeit Bro, Attentator Bro, Todesstille und den guten alten Rückstoß hat er mit dabei. Jetzt hat er den Gegner natürlich entdeckt. Der ist nämlich in den Raum reingegangen. Und wenn er gut ist, dann geht er in den Raum rein. Oh, er macht das nicht. Er macht das nicht. Aber er geht weiter. Er geht weiter. Und... Jetzt holt er die Pistole raus. Jetzt lädt er seine goldene Waffe durch. Fingerfertigkeit Bro, Attentator Bro und natürlich Todesstille. Sehr raffiniert der Kleine. Jetzt geht er vorwärts. Und... Ja... So... Jetzt ist er wieder in der Bücherei. Und er schießt und... Er wurde ausgeschaltet. Aber wir haben immer noch den Max Crandy im Spiel für schnell nachdenklich. Vom MLG Clan Level 60 hat er erreicht hier. So... Er leider einen Runden. Niederländer zählt. Der RSAS wurde eliminiert. Gucken wir das Intro von Dark Strich Strich an. Mit der Striker schießt er hin. Da hat man generell keine Chance bei der Striker. Aber... Das war schlecht. So... Punktelimit wurde leider erreicht. Das war's eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. See you later, alle Gäder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.